Liebes Gipfelbuch So gut endlich hier oben zu sein 1.300 Meter über Kur Die Leute haben gesagt, wir sind verrückt, unsere Bikes hier hochzuschleppen Aber fangen wir vorne an Gestartet sind wir heute Morgen in Lemsheim Unser Ziel? Das Kurjoch Von dort geht es auf Trails steil hinab Direkt in die Bündner Kantonshauptstadt Und von Sirens kamen Sirens in my head No where I'm going nowhere No where Schön ist es in Kur Eine kleine Stadtrundfahrt, ein Schaufensterbundel, ein schneller Kaffee Doch nach dieser kurzen Städtereise haben wir uns dann an einen Aufstieg gemacht Zum Fürhören Und der hat es in sich Der Karrenweg hier hoch ist steil Total steil Aber jetzt sind wir hier 1.300 Meter über den Dächern von Kur Aber jetzt müssen wir los Denn es liegen noch 1.300 Höhenmeter feinste Trails vor uns Bis bald mal Fabienne und Jane Sohn Tapen Sohn Weib Bis bald Ok presup counted Sohn CP